Nur die Starken überleben. Das, du musst leben, um stark zu sein. Die erste Regel des Überlebens ist, dich nicht zu übernehmen. Verstehst du, Phineae? Hmm, das klingt reichlich seltsam, wenn es von einem Helden der Ektarkriege kommt. Mag sein, aber es macht Sinn, wenn es von einem Kämpfer kommt, der zahlreiche Schlachten überlebt hat, oder? Willst du Spielfigur wechseln? Ja, will ich, weil wir mit Phineae ausrücken. Mal wieder? Okay, wieder ein bisschen auf Gwarf. Ich drücke den Allagando um, es legte diese Sichtungen. Na gut, machen wir das mal. Es gibt Berichte über einen neuen Menace-Typ auf Allagando. Höchstwahrscheinlich wird dieser an der Transportanrichtung in Pösszeit auftauchen. Hilft dabei, Daten über den Menace-Offizier zu sammeln. Besiege alle Menace-Offiziere wie vorher ergeben. Man wird dir die gewünschte Angriffsmethode mitteilen. Andernfalls werden die gesamten Daten ungültig. Äh, die gesammelten Daten ungültig. Das Ziel wird wiederholt und den großen Zahlen auftauchen. Aha, was heißt das für mich? Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, was das bedeutet. Ähm... So. Da draußen sind viele Menace-Offiziere. Sorge dich nicht um mögliche Fehler. Sammle einfach die Daten. Wenn du ein Areal verlässt, wird dessen Menace-Offizier zurückkehren. Was muss ich überhaupt machen? Wir wurden gesandt, um Daten zu sammeln. Fände ich dir den Menace-Offizier genau wie beschrieben. Aha. Verwende zunächst die Wörtern. Okay. Hammerhund. Oh. Ah. Hey. Was ist das? Start gesammelt. Bitte auf dieselbe Weise einen mehr vernichten. Okay. Was ist der? Muss ich wieder zurück oder was? Muss ich wieder zurück, weil ich einen mehr vernichten muss auf dieselbe Weise, aber wie versteht das? Keine Ahnung, wirklich. Na. Wollen wir mal ein bisschen aufräumen. Wollen. So. W-aah. Daten eingelesen. Verwendet nächstes deine Trinity. Okay. Dann nehmen wir mal die Trinity. Wenn das so verlangt wird, dann nehmen wir mal die Trinity. Uh. 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 What was das denn? Uh. 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 wieder nein gerade zusammen bitte auf die selbe weise einen mehr vernichten super ja mit leid tot kommt her so ok ja uuuh flamm weg ja hat ihm irgendwas gebracht ja 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 nochmal mal und den piekapsel uuuuh uuuh meine güte mission wieder gar nix los naja sammeln ja 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 So. Okay. Wieder zurücklaufen. Hin und her laufen. Wofür ist der denn richtig? Achtung ist ja meine Dingens. Hey! So. So. Na klar. Bitte auf die selbe Weise ein Meer vernichten. Okay. Wieder zurücklaufen. Wieder zum nächsten Raum. Wieder dahin. Der können wir jetzt mal auch zu abwechselnd mal wieder Neo Tuning einsetzen. Ja. Sieht so aus. So. Daten eingelesen. Dann. Gebraucher zum Schluss Neo Tuning. Es ist egal welchen Neo Tuning du verwendest. Wollt er dann auch aufladen. Über der. Und. 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 noch mal wieder Neo Tuning aufladen. Ah. Super. Muss ja irgendwie möglich sein. ne. Wo gibt die meine Neo Tuning? Halt! Ach ja, dann müssen wir doch wieder einen nehmen. Mh... So, kann den noch nicht mehr wissen... Oh... Ich geh mal hier nochmal hin, um ihn aufzuladen... Da kommt der... Und hier aufladen, hier ist hier nicht... Oh... 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 Okay... Oh... 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 Dankeschön... So, wir fahren nochmal zurück... Und nochmal an den Typen jetzt erledigen... Müssen wir den bisschen angreifen, glaub ich... Ja, ist wieder weg... Na gut, dann müssen wir... Gehen wir ja da... Leider noch... Erfassung der Daten abgeschlossen! Danke für deine Hilfe! Ja... Ah... Haben wir einmal... Sturmreifung... So geschossen... Und dann... Neocion nicht reingelaufen! Dann reicht das schon! Da war's! Das war zu viel zu lange! Naja... Ja... Immerhin haben wir das geschafft! Die Nebenmissionen Wettlauf in der Zeit 1 ist nur verfügbar! Es gibt ne... Es gibt ne weitere Nebenmissionen, die ihr eröffnet habt! Hab ich das gewusst! Aber wusste ich halt nicht! Naja, auf jeden Fall! Ja... War's das mit dieser Mission! Ja... Willst du mich speichern? Ja... Will ich! Wir sind damit am Ende dieser Aufnahmestation angekommen! Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran! Denkt mir immer an die Kommentare, an die Bewertungen! Und damit... Sag ich auch... Danke fürs Zusehen! Und... Bis... Zum nächsten Mal!